Recklos blöcklich mit Tee-Kofgarache Was gibt heute? Fleisch, Rindfleisch nehmen wir mit Obenarmelades und karamellisiert. Tomaten, Zwiebel, Frühlingszwiebel, Ingwer, Puhl, Gemüse, eine Gurke. Mehr brauchst du nicht für eine Rind im Wok. Süßes Saal. Schälen, Hacken, klein schneiden, wieder schälen, wieder schneiden. Alles muss bunt und schön geschnitten sein. Rein damit mit ganze Gemüse, alles am Braten, Fleisch, Marmelade. Hast du Koriander? Tan fein, 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 hacken. Trüber, Pfeffer, zack, fertig. Guten Appetit mit Recklos blöcklich aus der Kochgarache. Schälen, was soll ich schälen? Ach, Schälen! Ge Murray! Schälen, sag zwei hin. Über wieck zwei hin. Vielen Dank.